Ich dachte, du bist Shisha-Bar, Alter. Hä? Ich dachte, du bist Shisha-Bar. Ja, Blatt, Shisha-Bar ist plötzlich Elite geworden. Wie Elite? Nur ich komm rein, sagt er mir, nicht in der Jogginghose. Bis jetzt Shisha-Bar mit Face-Control, Hals zum Aul. Sagst du, Bruder, seit wann so? Sag mir, du bist nicht passend angezogen. Ach, Ui, Blatt, nicht passend angezogen. Er hat vor fünf Jahren zusammen Felgen geklaut, Alter. Und jetzt ist er plötzlich elegant geworden, als ob er nie scheißen geht. Nur ich versteh schon, Alter, französisches Restaurant, fünf Sterne, Blatt. Aber Shisha-Bar war immer für uns asozial, die nicht ins Restaurant gehen dürfen. Aber jetzt wird Shisha-Bar High Society geworden. Warum war es weiter? Dann muss ich bald den McDonald's-Platz reservieren. Oder ist Späti, sagen die, nur mit Begleitung. Oder Spielothek, Entschuldigung, hast du Abitur? Steht da, Alter, macht sein Vanilleshake, Vanilleeis. Gießt drauf, Alter, halbe Bar leer, sagt der Bruder. Entschuldigung, Alter, alles reserviert, 16 Leute kommen gleich. Guck, da kommen die schon. Ich gucke, Bruder, das sind drei Leute. Sagt er mir, bleib, die anderen kommen gleich. Willst du? Nein, nein. Bruder, was ist mit dir los, Alter? Früher hattest du Butterfly in der Hose, jetzt hast du Butterfly am Kragen. Ich gucke auf das Namensschild, weißt du, was da steht? Silvio. Ich sage, Kakan, bist du komplett behindert, lass mich jetzt rein. Sagt er, nein, das ist nur für die hübschen Leute. Blatt, was für hübschen Leute, Alter? Shisha-Bar oder Instagram? Steht da, keine Antwort, Blatt. Bis jetzt, was machst du jetzt, wo gehst du hin? Nix, Alter, geh ins Netto, Alter, da darf ich noch wenigstens reingehen. Gut, ну давай, Bratain, ich muss los. Bye. Bye, ciao.